Ich meine das Ding hat sich in der Was kann ich denn noch machen? Ich will ja nicht beenden Ich gehe jetzt zurück ins Depot und mache irgendwas Es ist so deprimierend Und ich laufe durch Säulen durch, ist ja noch geiler Los, los, los Genau, geh rückwärts Da haben wir den Skiller, geh erstmal rückwärts wie eine Sau Alte Partysau Na komm, du schaffst es Ferti Mac, fert, fert, renn zum Büro Depot, egal, zum Bus Werkstattplan Juhu, ich darf noch mal Das geht, das geht nicht E, Kassenkamera Fahrernummer und Passwort Inzwischen kann ich das schon fast auswendig 2, 9, 6, 1 6, 1 So, dann kommt die Ja, ich weiß Dann kommt die 1, 1, 1, 1 2, 9, 1, 1 Die 111 Richtung 1 Es regnet Es regnet Okay, Enter Boah, ist ja ein scheiß Wetter Du kriegst bestimmt besonders viele Fahrgäste Ist ja noch schlimmer Bitte warten Ja, hallo Meine Güte Dankeschön Achso Fußbremse Gang einlegen Rück Einfügen Tür geht zu Oh, danke Das ist ja Wahnsinn Hier funktioniert mal was Wie mache ich den Scheinwischer an? Hilfe Ich will den Spielsack mit Wie kann ich Okay, Spielsack Ist mir auch egal Sehe ich halt nichts So Vielleicht kriegen wir heute unseren ersten Fahrgast Wäre das nicht geil? Warte Steht da Da stand doch nichts von, oder? Scheinwischer Wortspannung Zwischen Nö Scheinwischer Gibt's nicht Alles Lügen Und Gerüchte Es war ein Witz Hallo Es war ein Spaß Fährst du mal weiter Verpiss dich Ja, wenn der nicht weggeht Was soll der das? Ich bin ja Bus, ich hab vorfahrt So Warte mal Bild Nee, andersrum So R Wie kann ich nach hinten gucken? Nein, Moment Ich bin vorwärts fahren Scheiße Das ist voll mein Spiel Ich muss hier lang Genau Wunderbar Ich krieg den Donneraufkette Mit dem Wust fahren So Ist das meine erste Haltestelle? Wenn ja, dann sagt man So Warte Warte Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Ich krieg meine ersten Fahrgäste Ich schwöre Ich schwöre man Haltestelle Rück Okay Nee, warte Moment, Moment, Moment Jetzt haben wir mich verguckt Einfügen Noch schlimmer Will den jemand Achso Rück und einfügen Nee, Moment Ich wollte Hallo Will jemand einsteigen? Ich bin der Busfahrer Okay, niemand Na dann nicht Ich steck doch jetzt Nicht im Fahrplan drin Rückwärts Stopp Verringere deine Mutter Unter 900 Umdrehung Ey Na, fahr mal halt weiter Halt, da drüben ist ein Achso, ist ein Auto Ich dachte, das ist irgendwie so eine Anzeige, wo ich hier hin muss Okay Wir sind der Busfahrer 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 Wir sind der Busfahrer Busfahrer Yeah Da ist Welche Linie ist da drüben? Komm Stopp Wer bist du? Die Nummer 8 Stirb Ich bin sehr freundlich zu meinen Kollegen Hallo Ich sagte, anhalten, du scheiß Bus Ist das meine erste Haltestelle? Ist das meine erste Haltestelle? Ja Das sieht ja fast wie eine Haltestelle aus Ich raste Ich raste, Leute So, pass auf Pass auf Pass auf Äh, mehr, mehr, mehr Einfügen Eins Achso, jetzt sehe ich es auf der Karte Wenn ich irgendwo halten muss, dann steht da Steht da ein Haar Okay, gut Für euch halte ich doch nicht Wer glaubt ihr wer es seid? Fahrgäste Trottel So, gehen wir hier rechts ab Ja, komm, komm, komm Nicht irgendwo rein Fuh meine Nase auf Ah Ich wäre, ich wäre ein echt guter Busfahrer Jetzt mal ganz ehrlich Die bei uns in Würzburg Ihr Busfahrer in Würzburg Ihr könnt doch alle einpacken, Leute Ich hab Vorfahrt Ich hab Vorfahrt Na komm Ähm, wie ging das? Wie ging das? Wie ging das? Warte, warte, warte So Kann ich zurück gucken? Ne Also ja, kann ich Aber da steht natürlich Ja, ich stehe doch Meine Fresse Wechsel Nein So Achso Wechsle ich den Gang Ja, ich wusste ich Ich fahre weiter mit dem Bus Aber niemand will einsteigen Also fahre ich weiter mit dem Bus Doch niemand will einsteigen Und wenn keiner einsteigen will Kann ich denen ja auch nicht helfen Spacken Nein, weil ich muss hier linken Nein 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 Wunderbar die Kurve gekriegt Das ist schnittig, Junge Das kannst du ja so essen Nee So, dann hier rein Leute, Leute, Leute Ich weiß nicht Das war ein Witz Ich bin dann sehr Ich hänge schon wieder Warum hänge ich schon wieder In sowas fest So, warte mal Ja So, abwarten Abwarten, abwarten Und wechseln Und nein Moment, Moment Ganz ehrlich Wenn ich Kunde wäre Ich würde mir erstmal selber ins Gesicht schlagen Achso, Moment Ich fahre ja gar nicht Das ist immer so krass Wenn man WSD gewohnt ist Kommt auf so eine Steuerung Echt nicht klar Hätt ich gesagt So Also rückwärts Und Warte, warte, warte Ja, komm schon Tut mir nicht so Als hättet ihr Probleme, Leute Danke Wow Lass mich rachen Ich hab inzwischen 200 Stunden Verspätung schon Ich bin ein Ich bin ein toller Busfahrer Du musst stehen bleiben Ich würde so kotzen, ey Ich danke gerade meiner Stadt Ich danke gerade Würzburg Dass es keine solchen Busfahrer da gibt Erstmal abgekürzt Wenn wir Bürger steigen Wir können uns erstmal Mich irritiert, dass ich noch kein Haar war Auf meiner Stricke Sollte nicht langsam mal vielleicht ein Haar kommen oder so Ups Ja, da 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 Hab ich ja das halt richtig gesessen Nein, nicht umfallen Nicht umfallen Nein, 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 nein Warte So, jetzt erstmal rückwärts fahren Rückwärts Ja 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 Okay 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 Beschleunigen Beschleunigen Na komm Na komm Na komm Stehst du mir im Weg Ich glaube es nicht Rass auch komplett Aber verpiss dich Solche Autofahrer Könnte ich ja kotzen Euch will ich nicht Nicht tagsüber auf der Straße begegnen Geht mal weg da Wir spielen GTA Bus Simulator 2012 Hallo Leute Ich bin Busfahrer Ich bin kompetent Oioioioio Sie hat gesessen Scheiße Und du verpiss dich mal Abgang So Busgänger ist mir egal Hallo kommt ja mal eine Haltestelle oder so Hi Bob Hallo Telekom Haltestelle Nein Moment Moment Ich will Wunderbar Wunderbar Gerade noch gerettet Na komm Fahrtleiner Bus Da kommt eine Haltestelle Ich glaube das nicht Boah das ist die Endhaltestelle Das wäre traurig Wenn es die Endhaltestelle wäre Dann würde ich mir Gedanken machen Ob ich irgendwas falsch gemacht habe Ähm Okay Die ist scheinbar noch nicht Dann ist es die hier Nächste Haltestelle Fenglerweg Ich bin zwei Minuten zu früh Das kannst du mir ja nicht erzählen So Warte Einfügen Eins Ja mal zwei So will jemand einsteigen Hallo Muss ich jetzt in zwei Minuten warten oder was? Und außerdem Wie kann ich zwei Minuten zu früh sein? Ihr habt doch gesehen wie ich gefahren bin Aber okay Ich glaube ich habe jetzt immer das Kartenprinzip verstanden Also Solange nur Also solange eine Farbe ist Ist da keine Haltestelle Und wenn eine Haltestelle kommt Wechselst die Farbe Hallo Will ich mal einsteigen? Habt ihr Bock oder so? Ich glaube es nicht Mein erster Fahrgast Kauf ein Ticket Du Spacken Der kann Boah Wovon soll ich denn leben? Wenn die keine Tickets kaufen? Ich hoffe du wirst beim Schwarzfein erwischt Du Spass Kommt da noch so ganz Guten Morgen Ja Ich bezahle nicht Guten Morgen Hehehe Amigo Boah wie lange denn noch? Ich fahre gleich los ey Drei Zwei Eins Ja das war ja Timing So Zack Einfügen Wer nicht kommt Den straffes Leben Und Loni fällt weiter Ganz ehrlich Das Spiel macht total Spaß Dieser Satz vorher war gelogen So jetzt schneiden wir Ich frage mich warum der da hinten noch nicht ausgestiegen ist Hätte ich an seiner Stelle gemacht Das ist ja ekelhaft hier Okay Okay So wir haben Grün Bleibt mal stehen Opa Hier kommt der Busfahrer Ich hab da solchen Spaß dran Das ist ja unschön Oh diese Bäume immer Wer denkt sich sowas aus? Wer setzt da Bäume in? Und wer Warte mal Warte Ich hab ne Nachricht Moment mal Sorry ihr Fahrgast Hallo mein Name ist Klaus Ich bin Werkstattleiter Und zuständig für die Technik Ich krieg ein paar Tipps Wenn das eine oder andere auffällt Ich finde es irgendwie komisch Dass es jetzt kommt Als würde ich irgendwie schlecht fahren Wollte ich mir das damit sagen? Ich weiß ja nicht